Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einer Modvorstellung vom Terraria N-Mod. Der N-Mod fügt Levels hinzu, Quests hinzu, neue Intems hinzu. Und ja, da ist ein Statsystem, wo man sich Startpunkte investieren kann in 8 verschiedene Attribute. Und hier ein Levelsystem. Leider ist es momentan so, dass der Fighter irgendwie durch einen Bug oder so nur 3 zur Verfügung hat. Aber das macht ihn nicht schwach und man kann, wie gesagt, der Fighter, also der Warrior, ist einer von verschiedenen Charakterklassen. Da gibt es zum Beispiel auch einen Merchant, der einfach nur zum Handeln da ist und zum Items finden, weil er doppelte Chance hat auf Items. Und zum Beispiel der Dieb, der kann einfach nur stehlen und ist sehr schnell mit dem Angriff. Ähm, dann gibt es zum Beispiel den Akolyt noch, der hat ähm, ja, der bufft die Spieler und teilt sie. Und ja, da gibt es noch die normalen, eben Fighter, Nahkampf, Fankämpfer, Fankampf und Magie und Magie. Und dann gibt es noch den anderen, das Summoner gibt es nicht, aber es gibt ein Attribut, Charisma, wo den, ja, so als Summoner, ähm, ja, hilft. Jo, ähm, ja, ich bin momentan im Krieg, also mit dem Fighter unterwegs und bin eigentlich schon sehr, sehr, sehr weit. Ich müsste jetzt eigentlich nur noch ein paar Events machen, wie zum Beispiel dieses Nightmoon, also das, ähm, Halloween Event. Und ein paar Items, wie die beste Spitzhacke noch kaufen und das wäre was. Ähm, ja, hier ist zum Beispiel mal ein neues Item, das Herfsheet. Gibt uns 30% Blockchance und erhöht unsere Maximal Health um 40%. Das kann ich einfach so einsetzen, wenn ich die rechte Maustasse drücke und während ich, ähm, angreife, kann ich dann ein bisschen, also nachdem ich angegriffen habe, kurz blocken, wenn ein Angriff kommt. Ja, wie ihr seht, unten sehr schwach, ich habe 6200, 36, 37, 38, 39 Leben. Ich habe also sehr viel auf Vitalität gemacht und, ähm, ja, AMP braucht der Charakter nicht. Und CD ist die, also der Cooldown für die Fähigkeiten hier oben, da hat jede Klasse hat so eine Fähigkeit. Die kann man mit F2, also F1 und F2 einsetzen und der Heavy Slash machen und zum Beispiel mehr Schaden. Ähm, der ist jetzt zum Beispiel hier nicht dabei, weil er irgendwie, ähm, ja, wird das nicht richtig angezeigt. Da kann man leider auch nicht, ah, hier unten, okay. Da kann ich die hier noch ein bisschen statten. Das habe ich gar nicht, dass das hier am Pfeil ist, ist auch ein bisschen schwer erkennbar. Also da kann ich mal zum Beispiel, bis auf Level 10 kann man die Fähigkeiten leveln. Und, ja, das brauche ich nicht, eher sinds, genau, so. Wird nicht richtig, also bis nach unten angezeigt, wahrscheinlich wegen den kleinen, ähm, Auflösungen. Und hier hat man Events, also, äh, diese Events kommen zufällig. Moment kurz. Ja, ähm, Frebs ist momentan ein bisschen am Leggen, sorry dafür. Ähm, da könnt ihr sehen, wann die nächsten Events kommen. Und die geben Bonis und spezielle Sachen. Ja, zum Beispiel, im Dezember, ähm, droppen Geschenke. Und im Oktober ist Halloween. August, Fortune, zum Beispiel jetzt bald. Okay. Eigentlich müsste es schon sein. Hm. Ähm, wo war das? Hm, gut, die Becks, ja, das ist ja, holy hell. Halloween, ähm, da. Ja, Juli, wir haben Juli. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist Event inaktiv oder so. Also, jetzt kommen wir zur Action. Also, der Charakter ist extrem stark schon. Und... Wir machen Kurzweil und Flash. Seht ihr, wie schnell ich den erledigen kann? Also hier, 1000 Schaden. 1500. So, das war's und ich bin gefangen. Okay, das heißt, ich muss den Charakter löschen. Nein, Scherz. Ähm. Oh. He. Der Runenmager war hier. Der droppt immer diese Kloz. Runenrobbe und Runenhut. Okay. He. Und hier sind jetzt auch schon die Hardmode Gegner. Hier habe ich übrigens ein bisschen Sauerei gemacht. Nein, das ist nicht Pisse. Das ist, ähm, Honig von einer Bietenwarn oben. Ähm, ich suche mal kurz Plantera und dann seht ihr noch kurz den Plantera Boss. Also, bis gleich. Okay, schade. Ähm, ich finde die Plantera irgendwie nicht. Ich habe jetzt schon sehr viel erkundet und, ähm, so langsam geht mir das auf den Geist. Ich werde deshalb hier kurz die Zwillinge. Ja, kann ich nicht. Weil wahrscheinlich Tag ist. Hm. Das ist natürlich blöd. Ja, ich habe hier zum Beispiel den Honig Dispenser gefunden. Ich weiß nicht, ob das vom Hauptspiel ist, durch einen der neuesten Patches. oder ob es den von diesem Mod ist, aber der sieht richtig geil aus. Den habe ich zwar schon in meiner Hauptmap, aber, ähm, ja, weil ich ihn so gut gefunden habe, nehme ich ihn nochmals mit. Ein bisschen ausstellen. Ein paar Honeyblocks mitnehmen. Gut. Also hier müsste es doch sein irgendwo. Diese Blume ist doch gut zu sehen. Ähm, nochmals probieren. Noch nicht. Noch eine Kiste. Tja. Das ist natürlich blöd. Wenn wir die Blume nicht finden. Die müsste doch irgendwo sichtbar sein, wenn ich sie irgendwo übersehen habe. Krimtan. Ah, das ist... Was ist denn Krimtan? Ah, das ist das Erz vom Ding, genau. Da ist auch ein bisschen Krimtan. Ist das bei uns in der Nähe? Wo sind wir? Da oben. Ganz klein. zu sehen. Also mal kurz hier unten. Hier unten schauen. Komm schon. Ist irgendwie hier. Ich dachte, die leuchtet. ist die so schwer zu finden. Ich glaube, erst nach dem ersten Mal besiegen kommt sie öfters. Die Blume. Die Blontera. Hm. Ich kann hier keine Fackeln setzen. Das ist natürlich blöd. Ach komm. Ach ja, wenn man keine Luft mehr hat, das ist nicht weiter schlimm in diesem Mod. Man hat so viel Leben. Aber hier kann man mal kurz Luft schnappen. Genau. Ist die hier unten? Okay, dann suche ich noch mal ein wenig. Ich habe dieses Teil immer noch nicht gefunden. Oh, Effekte. Da kann ich jetzt wieder rausgehen hier. Ich möchte die seelende Einsicht. Ähm. Hallo, Bar. Was meisse ich noch raus? Große Heiterung. Mhm. So. Jetzt ist unsere letzte Möglichkeit. Und eigentlich hier, weil ich sehe eigentlich überall, wo es noch dunkel ist. Ein Bildschirm trotzdem noch. Und das würde mir auffallen. Oder es ist hier. Ich denke, es ist hier. Dann gehen wir jetzt mal nach unten. Und das in Akkord. Oh, schön ganz roter Bienenkopf. Kopf. Helm. Oder Maske. Wie gesagt. Hallo. So. Ja, jetzt gehen wir nach unten. Hopp, 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 hopp. Noch kurz atmen. Uh. Luft holen. Und weiter geht's. Mal schauen. Jetzt noch unten. Oh. Ja. Hier ist. Nichts. Hm. Hallo. Plantera. Da. Kann doch nicht sein, dass die so versteckt ist. Das ist doch gemein. Gemein ist das. Ja. Ja. Mach ich eine neue Map. Und ja. Ja. Planere ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig. Ich will einfach nur in den Tempel rein um die Spitzhacke zu holen. Ich hatte auf meiner Hauptmap ein Tempel. Da ist einfach mal dieses Teil da zum Boss beschwören. Dann zwischen zwei Ebenen, wo ich nicht reinkomme. Kann es nicht aktivieren, weil ich den Stein nicht abbauen kann. Der Tempel hat unbesiegt und kaputtbaren Steine. Nur mit der Spitzhacke geht das. Und die bekommt man ja nur vom Boss. Also war es nicht möglich dort ein Boss zu büßen. Dinger. Okay. Ja. Jetzt war es schon fast ein Gameplay. Aber ich danke euch, dass ihr das Video geschaut habt. Der Mod macht richtig viel Spass. Der war mal richtig schwer. Momentan ist der schon fast zu leicht. Und mit den Items die ich habe. Also zum Beispiel dieser Death Cycle. Die kann überall rein Schaden machen und so. Und hittet auch mehrmals pro Sekunde. Also die ist extrem OP. Okay. Und ja. Jetzt sollen sie noch ein bisschen schwer machen. Aber wieder schwer machen. Und ja. Aber es wird fleißig gearbeitet an dem Mod. Und das ist doch richtig cool. Also Dankeschön fürs Schauen. Und ja. Vielleicht sehen wir uns bald mal in einem Let's Play von diesem Terraria Mod. Und ja. Und ja. Tschüss. Tschüss.